Ich bin Elisabeth Toller, oder auch Liz genannt, wenn Sie möchten. Das ist mein Mann August. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Eigentlich haben wir ein perfektes Leben. Nein, nicht ganz. Was passiert in Ihrer Beziehung, dass sie so verwirrt macht? Sie wird es nicht geben, weil ich hatte schon wirklich lange keinen Sex mehr. Aber meine Tante Katharina kommt aus Brasilien, uns besuchen. Was? Nein, tia, du nicht rauskriegst mit einem Mann, der sie nicht kennenlernen. Ich bin schon rauskriegt, meine Tante. Was? Komm her, mein Herr, ich will diese montagne. Für die Frau. Liz, ich wusste nicht, dass mein Sex so schön sein kann. Meine Tante, die ist 60 und die hat jede Nacht mehrere Orgasmen. Der Sex dauert eine Minute. Ich habe meine Tante, die Frau in dieinha hey. Was machst du denn hier? Elisabeth? Augusta nicht mehr, Elisabeth. Aber mein Lieber, Sie sagen, dass Sie nicht mehr den Pinten von Augusta sehen? Ich sehe nicht, aber Elisabeth, mein Lieber.